Sie läuft rechts und steht gerade umdruckt. Freuen wir uns schon die ganze Reise. Wo ist er, der mächtige König? Was? Excusi, Entschuldigung, das habe ich jetzt nicht. In unserer Heimat, da beobachten wir die Sterne und machen uns Gedanken über ihre Bedeutung. Und da, da haben wir einen Stern entdeckt wie es noch nicht. Bei Ihnen stimmt alles, was ich habe, für die Grüße. Mit dem, was sie sagen. Und, wo ist er. Und, wo geht das los? Und, wo hat er sie erreicht? So, wir sind kennengelernt von den meinen Kindern. Aber mit der Stamme, da auch jemand kommt. Mit der Volkszählung ist die abgeschlossen, die der Kaiser Augustus befohlen hat. Abgeschlossen, ja fast. Prontinos Ytter! Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkünde euch große Freude, die allen Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, dass Kind in Winde gewickelt in einer Krippe liegen. Musik 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 Musik